hallo und herzlich willkommen wieder mal auf meinem kanal leute ich grüße euch und danke dass sie eingeschaltet habt ich werde euch mal heute eine richtig geile sache vorstellen hier auf meinem kanal ihr wisst bescheid und es geht los ich habe hier auf jeden fall das letzte experiment von mir und zwar hydro experiment 12 12 und ihr könnt da unten direkt sehen die pflanze möchte noch einmal und jetzt ist die frage an euch was soll ich genau machen weil ich habe das noch nie vorher gemacht und so soll ich vielleicht die halt hier abschneiden irgendwo also hier oder soll ich die einfach alles dran lassen und mit den wurzeln kann ich da ein bisschen abschneiden von also paar wurzeln einfach mal abschneiden so dass es mehr platz ist wieder für neue wurzeln und so was würdet ihr sagen ja das war es eigentlich schon mit dem video ich wollte euch nicht lange aufhalten an einem freien tag und so ihr wisst bescheid und ansonsten freut euch schon auf die neuen experimente übrigens werde ich morgen noch ein video machen oder heute abend mit einer abstimmung mit einer abstimmung wo ihr mit entscheiden könnt was das nächste experiment sein wird auf jeden fall könnt ihr euch schon mal darauf freuen dass es weitergeht und ansonsten wünsche ich alles gute genießt euren freien tag und noch mal schöne ostern nachträglich und ein kanapis geht raus an euch